Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Part der Videoreihe LibGDX Spielprogrammieren Im letzten Part haben wir Asteroiden gemacht Wir haben ein bisschen mit dem Spiel weitergearbeitet Um genau zu sagen am Destroy Manager den wir gebaut haben Und ich habe vorher schon eine Aufnahme gemacht Nur irgendwie wurde der Ton nicht aufgezeichnet Ich habe jetzt alles wieder halbwegs zurückgesetzt wie es vorher war Ich habe aber hier das nur schon gelassen Hier Vorher wenn man gespielt hat und man Asteroiden zerstört hat Die haben sich immer Dahinter ein bisschen zurückgepackt Das war daher der Update Und Destroy Im gleichen Bereich waren Ich habe jetzt das hier in eine For Each Schleife reingepackt Das hier normal gelassen Dadurch wird jetzt dieser Bug wenn man schießt So gut eigentlich gänzlich behoben Wir führen das kurz einmal aus Wenn man Start drückt Wenn man schießt Porten ist jetzt nicht mehr zurück Wenn man schießt Falls diesen Bug nicht hatte dann Ja aber mit mir war der Bug jetzt habe ich es einfach so gemacht Dass ich jetzt alles selber bearbeiten darf Jetzt möchte ich eine Funktion einbauen Einerseits die Optionen hinzufügen Und eine coole Sache schon mal machen Nämlich dass man sich die FPS anzeigen kann oben rechts in der Ecke Weil ich finde so ist es zum Beispiel wichtig wenn man jetzt etwas aufnimmt Oder ähnliches Pipapo Deswegen wir haben jetzt hier einen Manager Machen wir uns noch ein eigenes Package für HUD Für die Head-Up Displays dazu zählen Dialoge, Fenster Oder Sachen die einfach im Spiel auftauchen Dann mache ich jetzt eine Sache Wie kann man das nennen Ich weiß nicht Static Cut Keine Ahnung Das könnt ihr nennen wie ihr wollt Static Cut Also statisches hat was immer da ist Und dann kann man auch ein Dynamic Cut machen was immer kommt Wenn man irgendwas drückt Dafür brauchen wir jetzt eine Bitmap Font Bitmap Font Nenn ich FPS Dann mache ich natürlich die typischen Methoden Einmal Show Public World Render Das möchte ein Sprite Badge Und dann Public World Update Das möchte ein Delta haben Gut Dann sagen wir FPS.Draw Den Batch Und jetzt kann man hier gleich mal als String sagen FPS Doppelpunkt Plus Und dann gibt es jetzt eine coole Funktion Die ist gdx.graphics.getframesperseconds Tadaaa Fertig Das ist gdx.graphics.getwidth Ähm Minus 50 Und gdx.graphics.getheight Ähm Da bin ich mir jetzt nicht sicher ob das funktioniert Aber wir probieren es auch mal aus Und dann Störungen L Störungen O Und wir müssen natürlich unsere Variable auch noch definieren New Bitmap Font Ähm Bin ich mir gar nicht sicher ob wir es so gemacht haben Blablablabla Das haben wir jetzt noch nicht so gemacht für alle Ähm Wo bin ich jetzt Video Hier Dann fügen wir die Font einfach manuell hinzu. Sie ist nämlich gdx-files-internal und zwar unter gui-slasch-font-slash-84-slash-font.fnt Jetzt weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, dass wir die große haben. Wenn es zu groß ist, machen wir es einfach kleiner. Dann kopieren wir uns das hier, fügen das hier mal ein und das nennen wir jetzt mal um in StaticHut Private StaticHut StaticHut Studio Ist Ups Strichpunkt Und dann sagen wir This.StaticHut Ist gleich New StaticHut This.StaticHut Punkt Show This.StaticHut Ist gleich New Ist Ist Update Delta Und dann haben wir hier noch This.StaticHut Ist gleich Nein, ist nicht gleich, sondern ist Render unser Batch Und jetzt im idealsten Idealfall haben wir oben unsere FPS-Anzeige. Ja gut Ich würde schon sagen, dass es groß ist Aber einmal zum Testen möchte ich es jetzt nicht minus 50, sondern minus 150 Weil die Schrift ist doch dezent überdimensional Ich sage immer sehr überdimensional Ich sage immer sehr überdimensional Später wird minus 50,50 reichen Aber Okay Also Camtasia lockt mir das anscheinend auf 60 FPS Ich werde das gleich mal kurz ohne Ding benutzen, ohne Camtasia Bis gleich Gut Es war auch 60 FPS außerhalb Das kann jetzt daran liegen, dass wir Fousing wahrscheinlich nicht deaktiviert haben Doch haben wir Gut Dann Bei mir läuft es mit 61 FPS um genau zu sein Außerhalb Camtasia Weiß ich nicht woanders liegt, vielleicht muss man das manuell höher stellen, aber Vielleicht erlaubt Java auch nur 60 FPS Was mich wundern würde, weil Minecraft läuft mit 400 FPS Ja Keine Ahnung Auf jeden Fall läuft es bei mir mit 61 FPS Bei euch kann es höher sein, bei euch kann es niedriger sein Und Ja Und Äh Static In Game Hat So Gut Wir nehmen sagen wir mal 24 Könnte passen Starten jetzt kurz mal das Spiel Ja das ist viel besser Gut Das ist eine sehr schöne Methode Das ist eine sehr schöne Methode Zum konvertieren in einen String Und jetzt haben wir hier die FPS Anzeige Man kann es natürlich jetzt wunderschön machen Mit einem Glyph Layout Ich weiß grad nicht ob ich das schon mal erklärt habe, aber mit einem Glyph Layout kannst du den Text perfekt positionieren Und Ich sage jetzt einfach mal FPS Layout ist gleich Glyph Layout Ja komm Klamm auf Ups Nö Ist falsch New Glyph Layout Jetzt müssen wir jetzt ein bisschen den Font drin haben Das ist die FPS Und der Text ist das so Hier drin Äh Private String FPS Font FPS String FPS Font FPS Font Und hier sage ich dann FPS String Ist gleich Top Hier drin sage ich einfach mal nur Leer String Und Hier sage ich FPS Lay.set Text ist FPS String Dadurch weisen wir dem hier Oder dem hier Immer wieder den neuen Text zu Das passt nicht Der Text Also die Font muss ich auch sagen Und den FPS String Dadurch sage ich dem Layout Gebe ich jedes Mal den neuen String mit Das ist gut wenn wir Wenn der String Zum Beispiel wenn man jetzt nur 60 FPS hat Dann hat man eine andere Breite Als wenn man 110 FPS hat Oder 1400 Deswegen möchte ich es so machen, dass der Text sich immer passend verschiebt Für den FPS man hat Jetzt kann ich hier sagen FPS String Natürlich Und jetzt sage ich hier nicht Minus 350 Sondern FPS Lay.width Und hier fps Lay.height Wenn ich es jetzt ausführe Und keinen Error bekommen Müsste sich oben rechts perfekt in der Ecke anpassen Hier sieht man Wenn ich hier oben immer die FPS Anzeige Man kann auch die Farben färben Die man sagt Ähm If Integar.parseInt FPS String Ja das ist dumm Man muss jetzt wieder hin und her kondotieren Aber das ist Nicht so schlimm Ähm Größer als 60 kann man sagen FPS Font.setColor Color.green Machen wir wieder ein Switch Machen wir wieder ein Switch Sehr schön Switch Integar.to parseInt FPS String Dann Case 1 Break Case Nein Case 60 Kann man Größe 60 sagen So Nein gut Dann machen wir doch if If FPS FPS String Punkt Nein Hör es jetzt zu konvertieren If Integar.parseInt FPS String Größer 60 So So 11 FPS String Kleiner 60 Und So 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 Kleiner 60 Äh Größer gleich 60 Und Größer gleich 60 Und Größer gleich 30 Den FPS Font.setColor Color.orange Und Und Wenn es Kleiner ist Als 30 ist Ist Red Sollte Eigentlich funktionieren Aber Ich weiß ja nie 60 60 FPS hat Das können wir als Asteroidmanager bei der Spawn Rate mal probieren Wenn wir jetzt einfach ganz niedrig schrauben Dann werden ganz viele gespawnt Dadurch Bringen wir das Spiel zum Einsturz hoffentlich Ah hier Ja das funktioniert Gerade die 58 Das war orange Oh Oh damn Ja Gut Auf jeden Fall funktioniert das Und Wenn es bei euch nicht die Farben ändert Dann kann es daran liegen Dass ihr die Schrift nicht weiß gemacht habt Es ist wichtig Wenn ihr im Spiel Die Farbe ändern wollt Die Schrift Dann müsst ihr die Schrift Ähm Weiß färben Dadurch Ermöglicht es dem Spiel Eine Farbe drüber zu legen Weil Schwarz Sind Alle Farben Und Keine Farben sind Weiß Oder andersrum Alle Farben sind Egal Ich habe die Erfahrung gemacht Wenn es bei mir bunt ist die Schrift schon Dann kann ich sie nicht mehr färben Oder es färbt sich komisch Deswegen mache ich weiß Weil dann kann ich es immer färben Oder gleich weiß lassen Also So habe ich es bisher herausgefunden Vielleicht gab es ein Update Und jetzt kann man das trotzdem färben Bei mir ging es auf jeden Fall nicht Gut Dann Jetzt haben wir mal ein bisschen da was gemacht Es hat gemacht Mach ich zu Mach ich zu Mach ich zu Weg 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 Jetzt möchte ich noch das Optionen-Menü hinzufügen Und das machen was ich eigentlich am Anfang vorhatte Nämlich Slider hinzuzufügen Ich habe jetzt hier mal Ich habe jetzt hier mal Einen Slider Design Der ist halt Pixelic Aber das stört ja nicht Und einen Slider Dot Der ist auch Pixelic Und ich habe die so perfekt angepasst Dass man sie Wenn man den Dot Auf den Slider schiebt Dass man den gut unterscheiden kann Weil es ist wichtig dass man die gut auseinander halten kann Da es sonst ziemlich komisch aussieht Ich öffne mal das Bild So Kopie ich mal Und wie ihr seht Wenn ich jetzt ganz nah ran zoome Das war falsch Genau So Wie ihr seht Den kann ich hin und her schieben Und es ist immer perfekt Hier ist voll Wenn ich ihn rüber schiebe Seht ihr das ist perfekt Der ist nämlich heller als der Hintergrund Wenn ich ganz drüben bin Ist er bei Null Man kann das Intervall zwischen Niedrigsten und Höchsten Je nach Belieben verändern Und die Step Size Und das machen wir auch Aber erstmal müssen wir uns einen neuen Screen hinzufügen Nämlich den Options Screen Der implementiert Screen Jetzt möchte ich kurz schauen ob wir das hier schon gemacht haben Ja haben wir schon gemacht das ist perfekt Erstmal machen wir uns die ganzen Methoden Dann brauchen wir den Konstruktor Dann brauchen wir den Konstruktor Dann brauchen wir den Konstruktor Nein nicht Abstract Option Screen Da drin ist einmal Wie gesagt Space drinnen Und einmal ein Texture Atlas Dann brauche ich einmal hier Private Space Space Und dann das Punkt Space Gleich Space Und das Punkt Textur Atlas Ist gleich Atlas Atlas, aber Textur-Atlas. Private Texture... nicht den Policity-Utils, wie man das auch ist. Texture-Atlas, Texture-Atlas. Perfekt. Gut, dann brauchen wir mal wieder die bekannten Zeilen hier. Einfach reinkopieren, das brauche ich nicht. Dann Private Sprite-Badge. Badge is like new Sprite-Badge. Und ich werde nie verstehen, wieso denn ich automatisch eine Update-Metode hinzufügen. Float Delta. Gut, jetzt sind wir mal fertig hier. Vom Menü-Screen müssen wir natürlich über den Option-Screen auch gleich verweisen. Einmal unser Move Delta, unsere billige Animation, die wir dann auch bald verbessern machen werden. und this.space.setScreen New Option-Screen Er möchte ein Space haben, also this.space und er möchte einen Texture-Atlas haben. nicht den hier, sondern this.text-Atlas. Genau. Jetzt gehen wir in den Optionen-Screen und wir haben hier schon ein Texture-Atlas. Jetzt brauchen wir wie gesagt unseren Skin. Dann brauchen wir unseren Stage. Und dann brauchen wir unseren Table. und dann brauchen wir unsere Table. So, ich habe hier schon mal in den Atlas das eingefügt, hier ganz rechts, zieht man den. Plopp, habe ich ihn hinzugefügt. Plopp, habe ich ihn hinzugefügt. Und in der Skin-Datei habe ich noch nicht das hinzugefügt. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Vorher fügen wir hier noch unsere weiteren Fonds hinzu. Das war einmal 16, 24 und 32. Und das müssen wir hier ändern nochmal. Plopp. Perfekt. Und jetzt gehen wir wieder in das Internet. Hier. Und hier gehen wir auch unter wo habe ich mich eingespeichert. Hier. Auf die Detail. Das ist die gleiche die wir letztens benutzt haben, nur hier nicht rot unter unterlegt. Weil das rot unterlegte, das ist so unmenschlich hässlich zu lesen. Das ist wirklich Augenkrebs. Deswegen haben wir das jetzt hier so schön gemacht. Also hier, so von ihrer Seite. Nur die RAW-Datei. Und wir brauchen einen Slider. Den haben wir hier. Den kopieren wir uns geschmeidig raus. Und kopieren ihn hier geschmeidig ran. Und hier haben wir mal vertikan und horizontal. Das Gute, weil manchmal braucht man einen Slider zum hoch und runter scrollen. Und hier brauchen wir den Slider zum links und rechts von einer Einstellung. Deswegen nehmen wir den horizontalen. Und jetzt möchte ich hier einen Background haben. Der Background ist der Slider. Also dieses Ding da. Das hier. Das ist der Slider. Bei mir heißt der Slider ganz normal. Und im Texture-Atlas hier ist der auch unter Slider drinnen irgendwo. Hier Slider und Slider-Dot. Deswegen schreiben wir hier auch Slider hin. Hier muss der Name stehen, wie er im Atlas auch drinnen ist. Beziehungsweise wie die Datei geheißen ist, als ihr es reinkopiert habt in den Texture-Atlas. Und hier Slider-Dot. Der Knopf ist der Dot. Also das schiebe die Kirchen. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Slider. Slider. Menü Sound. Dann gibt es Private Slider. Game Sound. Dann gibt es Private Slider. Game Sound. General Sound. On Private Slider. Slider. Music Sound. Das sind unsere vier Schlider. Davor definieren wir uns aber jetzt mal die wichtigen Sachen. Skin. New. Skin. Das ist gdx files internal. GUI. Slash. Skin. Json. Und den Text-Chatless. This. Text-Chatless. So. This. Gut. Dann this. Punkt. Stage. New. Stage. Und this. Punkt. Table. New. Table. Gut. Jetzt können wir auch unsere Sound, unsere Slider mal generieren. Das ist der General Sound. New. Slider. Jetzt brauchen wir den Minimum Wert. Den Maximum Wert. Die Step Size. Vertikal. Den Skin. Und den Namen. Option Slider 1 nenne ich es mal. Das sollte ich auch noch in der Skin Datei mal festlegen. Das hier kann man sich kopieren. Und einfach sagen. Menü Sound. Game Sound. Und Music Sound. Pop. Jetzt machen wir etwas, ähm, dass ich nicht verstehe, wieso das nicht die normalen, äh, Spielefirmen auch machen. Nämlich den Sound auf 50 setzen. Also auf 50 Prozent beim Start. Weil ich weiß nicht, dass immer 100 Prozent ist. Bei 100 Prozent, wenn man ein Spiel startet, explodieren dir die Ohren sofort. Aber, die werden schon den Grund haben, wieso sie das immer mit 100 Prozent den Spielern antun wollen. Gibt es genug Spiele, die man als Beispiele nennen kann. Gibt es sogar Spiele, die muss man sogar noch mit dem Lautstärkenmixer leiser drin, weil die sonst zu laut sind. Aber, ist nur meiner Meinung. So. Ja. So, ich muss hier kurz weg. Ähm, wo sie hier stehen geblieben. Gut, also wir haben jetzt das hier definiert. Ähm, jetzt müssen wir mal den Table füllen mit den ganzen Daten, die wir jetzt hier gesammelt haben. Das wäre einmal Table Punkt. Add General Sound mit Space Bottom von 25, sagen wir einfach mal. Und jetzt kann man einfach schon Punkt Row schreiben, um die Zeit zu beenden. und dann schreibe ich hier Menü Sound und schreibe ich Game Sound, dann schreibe ich Music Sound. So. Ähm. Ja. Das ist jetzt mal. Dann haben wir es mal gefüllt. Dann sind wir noch Table Punkt Set Fill Parent. Das wäre es dann einmal True, wenn wir uns in der Mitte haben. Ähm, wenn man mehrere Tables auf einem Bildschirm hat, dann ist Set Fill Parent dumm, weil dann ist es immer in der Mitte. Deswegen, ich mache nur so viel Parent, damit die Tabelle den ganzen Bildschirm ausfüllt, damit es in der Mitte ist. Da es nur eine Tabelle gibt, äh, eine Table gibt. Wenn es mehrere Table gibt, sollte man das nicht machen. Außer man möchte, dass jeder in der Mitte ist, aber weiß ich nicht. Dann sagen wir Stage Punkt Add Actor Table. Und bevor wir etwas Wichtiges vergessen, ist GDX, ähm, Stage Punkt, Stage Punkt Add, äh, nein, GX Input Punkt Set Input Prozessor Stage. Und weil ich es überall irgendwie vergessen habe, kopiere ich es noch kurz hier rein. Sollte man jetzt seinem Standard treu bleiben. Ich weiß, in anderen Tabellen habe ich das vergessen. Aber das ist mir egal. Ich mache jetzt einfach mal hier das Überrollen. Gott. Kann man das auch hinzuschreiben? Ja. Aber mit Tonaufruhe habe ich keine Lust. Das sieht kacke aus. So. Ähm. Das kann man hier weglassen. Sagen, ähm, Stage Punkt Draw. Und wenn alles gepasst hat, funktioniert es jetzt. Aber das tut es nie beim ersten Mal. Ja, es funktioniert cool. Es funktioniert. Wir haben jetzt hier einen funktionierbaren Slider-Dingsbums-Kirchen-Dings-Dingsbums gebaut. Das Problem ist, wenn man jetzt das neue startet, wird es nicht gespeichert. Darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Und jetzt möchte ich noch was probieren. Nämlich Set. Also Width ist gleich. Wie groß ist das Teil? Das Teil ist 128 breit. Und Height ist es 14, glaube ich, wenn ich mich nicht getäuscht habe. 14, mache ich jetzt 28. Ob das so derbe verzogen aussieht oder ob es noch gut aussieht? Ja, das geht. Es sieht von der Breite her nicht schlecht aus. Aber es ist nicht höher geworden, kommt mir vor. Ich glaube, die Höhe ziehen geht gar nicht, weil das, weshalb auch immer nicht geht. Punkt G, Punkt Z, Ektor Height, geht es da mit? Nein, geht nicht. Hat keine Weiterführung. Ja, dann mache ich es einfach mal größer hier überall. Um die Höhe werde ich mich ein anderes Mal kümmern. Aber so finde ich es eigentlich schon relativ cool. Ähm. Ja. Also beim nächsten Part werde ich die... Ich werde jetzt ein Offscreen... Einerseits mal die Buttons verschönen, weil ich finde die überhaupt nicht schön. Und... Ja. Also die Buttons finde ich echt nicht schön. Die sind... Die können wir selber nicht. Und im nächsten Part werden wir diese hässliche... Äh... Transition da weg machen. Und wir werden uns um Checkboxen kümmern, wegen der FPS-Anzeige im Game. Dass man das entfernen kann. Und jetzt werde ich hier diesen Part kopieren. Den haue ich hier in Update dran. Weil es der wichtigste von allen. Nämlich, dass wir zur Zeit wieder zurückkommen ins Menü. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Beide nach oben freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein!